Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Sims 4 und jetzt nicht mehr im Baumodus, wir sind fertig mit Bauen. Ähm, ja. Wollen wir doch mal gucken, was so abgeht. So, Lukas, du musst dringend schlafen. Ich würde sagen, das machst du jetzt auch einmal. Und was ist mit Zoe erwachsen? Zoe erwachsen muss auch schlafen, okay. Und Zoe, klein Zoe, ist am Schlafen. Die sind ja alle, warum sind die alle so müde? Kann doch nicht sein, dass die alle so kaputt und müde sind. Ach, ich wollte noch die Büsche, wollte ich noch anders gemacht haben. Naja, beim übernächsten Mal, wenn wir das Haus wirklich vergrößern. So viel Geld habe ich gar nicht gebraucht. Ist mir gerade mal aufgefallen, aber, ähm, naja. Wer weiß, was noch kommt, ne. Wenn wir irgendwann das Haus vergrößern, müssen wir ein bisschen Geld fahren. Von daher ist ja ganz gut, dass wir im Lotto gewonnen haben. Also sie hat sich gerade ein Nickerchen gewonnen, jetzt geht sie richtig schlafen. Na gut, okay, dann mach das mal. Boah, es ist kalt mittlerweile in meinem Zimmerchen hier. Oh, irgendein Kind weint. Da du gerade wach bist und stinkst. Nein, du gehst jetzt nicht duschen. Du kümmerst dich erstmal hier um... Um, äh... Wer ist das überhaupt hier? Hanna ist das. Okay, das ist Hanna. Fütter sie mal. Windel wechseln. Er ist echt dreckig, ne. Oh. Tja, und da Hanna jetzt fertig ist, kannst du es mit, äh, Yannick auch direkt machen. Nee, andersrum, das ist Yannick und das ist Hanna. Ich blicke hier nicht mehr durch. Yannick, Hanna. Okay. Wer lacht denn da? Ist sie wach? Ja, sie lacht im Schlaf. Okay. Er ist glücklich jetzt. Oh. Sind sie jetzt beide wach? Oh man, Yannick ist wach, Hanna ist wach. Und alle sind am Schlafen. Die große Schwester schläft, die Mutter schläft, die komische Freundin von letztem Mal, die ist abgehauen, die ist plötzlich weg. Du bist aber... Du bist auch fast fertig. Guck mal, dann kümmere dich mal um dein Kind. Schaukeln. Mehr Auswahl. Stolz vorzeigen. Oh man. Was ist denn los, Hanna? Hast du Hunger? Zwillinge. Also da komme ich immer noch nicht drauf klar, dass wir Zwillinge bekommen haben. Ist Hanna jetzt glücklich? Ja, ist gut. Du gehst jetzt erstmal... Du gehst jetzt mal aufs Klo. Und dann kannst du erstmal... ...ein dickes Schaumbad nehmen. Ich glaube, Zoe kriegt das jetzt alleine her mit ihren zwei. Ach guck mal, Hanna schläft schon wieder. Sehr schön. Oh, das ist so süß. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Was ist mit dir jetzt los? Wer schreit denn noch von mir? So, was ist mit dir? Du hast Hunger, aber dein Kind ist hier... ...hat sich voll gemacht. Was macht sie hier noch? Zeigen. Nee, zeigen, brauche ich es nicht mehr. Wechsel mal die Windeln, bitte. Das arme Kind. Hanna schläft. Janik hat... Guck mal, er ist auch komplett grün. Also, sein Bett ist auch grün geworden. Und sie ist gelb. Okay. Dann haben wir ja das Zimmer perfekt eingerichtet. Süße. Dein Kind. Was hat sie denn... Was ist denn los mit ihr jetzt? Ich glaube, sie ist kaputt. Wieso bricht sie das nicht ab? Hä? Ich muss die Gewindel wechseln. Ah, jetzt. Okay. Es schläft noch nicht. Das finde ich ein bisschen blöd. Füttern. Mit an Brust füttern. So, sie schläft. Ich bin echt gespannt, wie die zwei aussehen, wenn die groß sind. Und ich bin gespannt, wie sie aussieht, wenn sie groß ist. Also Teenager-Alter. Oh, was war das denn? Schaukeln. Und ich möchte erst heiraten, wenn die beiden im Kinder-Alter sind. Ich weiß nicht, wie lange sie noch braucht. Oh, sie singt. Jetzt nicht mehr. Sie schläft noch? Okay. Ich würde leiden, Janik würde auch mal einschlafen, aber ich glaube, das wird nichts mehr hier. Hüpfen. Sie hat Hunger. Spaß hat sich auch überhaupt kein mit ihren Kindern, glaube ich. Ja gut, dann mach du dir mal was zu essen. Kann ja nicht so weitergehen, dass du hier im Verhungern bist. Ähm, koch mal, bitte. Und zwar kannst du kochen... Mach mal einen Salat. Eine Familiengröße direkt, damit alle was davon essen können. Gut, die schlafen beide. Ähm, Lukas hat das Schwimmbecken entdeckt. Sehr schön. Hätte ich das noch ein Stück rüberziehen können, ne? Kann ich ja mal eben schnell machen. So. Dass es in der Mitte ist. Ja, sehr schön. Also ich finde den Pool, der ist ganz gut geworden. Ist ja noch ein bisschen klein, aber zum Schwimmen lernen reicht es auf jeden Fall. Du hast auch Hunger, dann kannst du gleich mit Zoe mitessen. Und du hast keinen Spaß, ne? Hier sind Glühwärmchen. Da. Du guckst Fernsehen. Hast du dir dein Essen in mir? Du hast dein Essen nicht gemacht. Du hast zwar Hunger, aber hast keinen Bock auf Essen. Du isst jetzt einen Joghurt? Hör mal süß. Ich weiß nicht, du willst Spaß haben. Mach doch mal dein Essen weiter. Du hast doch Hunger. Ja, ich bin nicht verrückt. Du sollst was essen. Ich weiß nicht, dass du mir nachher noch verhungerst. Guck mal, wie dünn du bist. Du hast gerade zwei Kinder bekommen. Hier, Essen. Gartensalat. Fortsetzen. Was willst du? Irgendwas ist los mit ihr. Ich weiß nicht was. So, jetzt Gartensalat. Fortsetzen. Du kannst mit Lukas auch reden, wenn du kochst. Du hast ja jetzt hier so eine halbe Wand durch. Wieso winkt sie denn? Sie kommt doch in die Küche. Also sie kommt auf jeden Fall in die Küche. Kannst du dich nicht mehr bücken oder was ist los? Kannst du das hier fortsetzen? Haben wir irgendwie einen Fortsetzungs-Bug? Aufräumen. Aufräumen kann er das. Er hat jetzt einfach keinen Bock aus Salat wahrscheinlich. Jetzt bin ich hier auf dem Licht gekommen. So, dann macht ihr bitte... Ja, dann haben wir noch irgendwas im Kühlschrank oder sowas? Öffnen. Nö. Gut, dann ist nichts. Dann macht ihr eine schnelle Mahlzeit und zwar Haferbrei. Dein Mann ist nur gerade Liegeschütze am Machen in der Küche. Was? Was macht sie denn jetzt? Was hat sie denn da jetzt? Achso, das muss... Okay, das muss erst mal aus dem Kühlschrank nehmen, damit sie das da reinsteigen kann. Das ist natürlich auch sehr cool. Das war früher auch nicht. Das wurde gefixt. Ich meine, vorher ist man nur in die Mikrowelle gegangen und hat dann... Was macht sie denn mit der Küche und Mia darüber reden, ne? Oder haben wir... Haben wir keine Arbeitsfläche, dass sie irgendwo arbeiten kann? Das ist jetzt so vollgestellt. Das ist jetzt auf einmal. Das kann natürlich auch sein, dass sie hier nicht arbeiten kann. Weil hier einfach alles irgendwie voll steht. Das denke ich mir mal eher. Ja gut, dann müssen wir hier auf Dekoration verzichten. Dass sie da einfach nicht arbeiten kann. Schade. Aber gut, wir haben keine große Küche, ne? Ach, guck mal, sie ist das sogar draußen. Lukas ist wieder im Pool. Ich will das mal... Ich will das sehen. Oh, das ist so mit so Früchten drauf, ne? Leckerer Haferbrei. Und sogar in der Glasschale. Ich glaube, es kam ja ein Update, wofür ich konnte ja gar nicht spielen vorher. Ich musste echt ein Update erstmal ziehen. Da haben die auch einiges nochmal dran geändert. Hier fehlt nur einfach ein Stück Zaun. Das ist auch immer schön, wenn das einem auffällt, wenn man schon... Wenn man schon fertig ist. Nee. Wieso kann ich ja das Stück jetzt hier nicht noch machen? Das ist doch doof. Kann ich in die Treppe hier vielleicht noch ein bisschen länger... Auch nicht. Warum kann ich in die Treppe nicht länger ziehen? Das ist doch monstermäßig gefährlich hier. Das ist doch scheiße, dass hier einfach so ein Stück Zaun fehlt. Okay, dann... Müssen wir das anders lösen, leider. Und zwar... Genau. Mit einem Blumenkügel. So. Hole ihm gelöst. So, die reden jetzt über Sonnen und Sonnenuntergang und Geschirr. Wir haben keinen Computer, das ist korrekt. Wir haben keinen Computer, leider. Sollen wir uns einen bestellen? Nein, wir bestellen natürlich keinen Computer. Sie denken wir uns abwaschen. Dann wasch doch mal bitte ab gleich. So, du bist immer noch am Schlafen, aber du hast auch Hunger. Und du musst Pipi. Und deine Hygiene ist auch nicht mehr so doll. Okay, dann gehst du erst mal Pipi machen. Dann gehst du baden. Und dann kannst du dir auch eine schöne Mahlzeit nehmen. Und zwar... Oh, du hast echt Hunger, ne? Du kannst ja noch gar nichts machen. Da musst du dir leider einen Mikrowankuchen machen. Oh, Chum-Chum. So, die Kiddies. Ich würde gerne wissen, wann die beiden... Ich kann die noch nicht... Wann die beiden... Die sind beide wach. Oh nein. Beide wach. Wieso kann ich die eigentlich nicht nehmen? Und mit denen so ein bisschen rumlaufen? Das finde ich echt ein bisschen schade. Jetzt auch schon wieder Pipi schaukeln. So, du kümmerst dich auch mal um deine Tochter. Bisschen Grimassen schneiden. So, du willst Freundschaft schließen? Über Fitnesstechniken reden? So nach ihrem Tag fragen? Oh, dann mach das doch mal. Das kannst du ja nebenbei machen. Samft küssen. Oh, Muskeln zeigen. Ja, natürlich machen wir das. Sie hat Spaß in der Badewanne. Sehr gut. Sie ist schon wieder draußen. Auch gut. Kannst du dabei auch mit deinem Kind dann irgendwie interagieren? Oder musst du jetzt mit deinem Mann reden? Ich habe das falsche Outfit genommen. Passt auf jetzt. Ja, sexy. Ist ja Sommer, ne? Deswegen hat er ja Sommer an. War ja was. Nee, läuft alles. Sieht so aus. So, hier ist ein Kuchen. Gemacht. Und der ist aber ein... Oh, schön. Familie ist zusammen. Was ist das denn? Ich will das mal sehen. Oh, lecker. Was möchtest du machen? Technik möchte... Okay. Lukas küssen. Und du möchtest jemanden anrufen. Dann... Rufen wir doch mal jemanden an. Ein Simphi hat mir schon dann keinerlei totale Aktionen ausführen lassen. Okay, das ist eine Errungenschaft. Dann ruf doch mal... Was haben wir denn hier für Bekanntschaft? Bekanntschaft. Nein, 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 nein. Hier, ruf mal deine Oma an. Jetzt sitzt Zoe mit ihren Geschwistern da alleine. Warum ist Luca schon wieder am Schlafen? Weil der Energie braucht. Okay, was kannst du denn machen? Du musst pipi. Dann geh doch mal bitte aufs Klo. Und Hunger hast du auch schon wieder. Dann ess doch mal... ein kleines Frühstück. Es ist schon Frühstückszeit. Dann... Ja, mach mal Frühstück servieren. Machst du mal Eier mit Toast. Ah, Luca, es tut mir sehr leid. Aber hier weint die Hanna, weil die Windel stinkt. Das kannst du auch wegräumen. Nur weil du klein bist, brauchst du hier nicht einen auf... Ne? Auf Einzelkind-Bonus oder sowas machen. Du wirst nämlich kein Einzelkind mehr. Deine Geschwister müssen übrigens auch so im Haushalt anpacken wie du. Dan, dan, dan. So, wann wirst du denn älter? Du hast noch ein paar Tage. Du hast noch... Äh, Tage... Vier Tage hast du noch. Dann wirst du... Alt. Okay, kann... Ach so, aber sie macht direkt was. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wer muss... Wer muss ins Krankenhaus? Äh, Lukas muss in einer Stunde zur Arbeit. Sollen wir das machen? Oh, ich hab hier voll den fetten Müggenstich, deswegen juckt das hier so. Oh mein Gott. Ähm. Würde ich gerne machen. Aber, ähm... Ich muss die Folge gleich beenden. Deswegen würde ich sagen, ich schicke ihn alleine los. Und wir gehen beim nächsten Mal mit zur Arbeit. Sie kocht noch. Muss sie eigentlich heute auch arbeiten. Ah! Ja, du musst... Du musst los sogar schon. Nee, ich würde sagen, wir nehmen... Wir nehmen... Uns den Tag Urlaub. Ähm. Kann man das nochmal? Reisen mit. Haushalt umziehen lassen. In Urlaub fahren. In Urlaub fahren mit. Reisen. Reisen mit. Ähm. Urlaub nehmen. Arzt. Urlaubstag nehmen. Arzt. Und wir müssen irgendeine Rechnung bezahlen. Ach, da weint schon wieder irgendein Kind. Ach, das ist ja ätzend. Wieder sie. Hast du... Ihn... Hast du... Hast du... Hast du ihn das geärgert, Zoe? Ja, anscheinend. Anscheinend, ja. Okay, du kriegst es aber hin. Musst du eigentlich zur Schule? Du musst zur Schule in einer... In 15 Minuten. Okay. Lukas, du musst zur Arbeit, ne? Oh, um 8 erst. Okay. Dann ess doch nochmal schnell was. Äh, ein Gericht nehmen. Weil du musst mich gleich zur Arbeit. So. Der Geburtstag von Hannah naht. Ist Hannah die ältere? Nee. Ach, ich wollte doch... Ich hab ihr doch grad gesagt, sie soll Urlaub nehmen. Ach so, das ist Dings. Das ist okay. Ich bin total verwirrt. Also sie hat sich noch nicht Urlaub genommen. Macht sie aber hoffentlich gleich noch. Du musst gleich zur Schule und du gehst zur Arbeit. Nein, du gehst nicht zur Arbeit. Nicht zur Arbeit gehen. Du nimmst dir einen Tag Urlaub. Ja, komm. Benatsch. Hast du jetzt einen Tag Urlaub? Ja, dann geh zur Arbeit. Komm, hau ab. Lass die zwei hier... Die sind eh gleich bei der Nanny. Lukas, du musst auch zur Arbeit, ne? Das tut mir ja sehr leid, aber du musst echt zur Arbeit. Komm, hör auf zu essen. Die schickt man gleich in die Tagesklinik und da stellen wir noch schnell den Kühlschrank. Und das hauen wir mal weg. Auf die Ablage gestellt, geil. So, die sind jetzt bei der Tagesmutter und ich würde sagen, wir beenden die Folge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn alle wieder da sind. Ciao, Leute. Da ist er ja auch schon wieder. Oder? Ne, es läuft noch. Okay, ciao, Leute. Ciao, Leute.